Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir sind hier an der Steinbecker Meile und es sind hier durch Zeugen einige Eimer, Farbeimer, Ölrückstände gefunden worden, mehrere Fässer mit Altöl, mit Kühlflüssigkeiten und die sind hier einfach abgestellt worden, in die Natur gekippt worden zum Teil und jetzt ist die untere Wasserbehörde eingeschaltet worden und wir sind hier im Rahmen der Amtshilfe tätig geworden und haben die Sachen jetzt eingeladen und die werden jetzt zum Entsorgungsbetrieb gebracht. Ja, das ist Sondermüll und den haben wir jetzt auch mit dem Fahrzeug weggebracht, also alles was dort ausgekippt wurde, verschüttet wurde, die gesamten Kanister haben wir nochmal extra verpackt, sodass wir die Gefahrlust durch die Stadt transportieren können und die werden jetzt in Begleitung der unteren Wasserbehörde zur Entsorgung gebracht. Wir waren mit insgesamt, ja, die Einsatzleitung war hier, die untere Wasserbehörde war hier, desweiter haben wir noch einen Lkw hier vor Ort gehabt und ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1. Ja, insgesamt waren wir mit acht Leuten hier. und das war klar, wenn man sich� auch nicht beschädigt hat, das war der zweite Buchstufe. Ja, das war der zweite Buchstufe. Ich hab offen gemacht, ich hab mir gedacht. Ich hab mich nicht gedacht. Ja. Ich hab mir auch. Ich hab mir gedacht. Der hat das gesehen. Ja, der hat das gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Was denn? Vielen Dank.